In dem Video geht es einfach mal um die beiden Evente. Ja gut, ich hatte keine Zeit für das Vollmond Event zu farmen, von daher tragen brauche ich sowieso nicht und Set-Teile brauche ich auch nicht unbedingt. Ich möchte das Video auf jeden Fall noch benutzen, um auf diese Problematik zu sprechen zu kommen, dass ich heute oder gestern vier Videos hochgeladen habe, die ja den Titel tragen, unterstützt meinen Kanal Link oder support my channel Link. Und ja gut, unterstützt meinen Kanal oder halt die englische Variante davon ist natürlich ziemlich eindeutig, wenn man das liest, kann man das missverstehen. Wenn ihr meinen Kanal unterstützt, ist es ja eigentlich so, ja gut, der Zar das bekommt, Kohle, ja. Aber bei diesen Links ist es ja so, die Geldmenge, die man da bekommt, wenn man draufklickt, ist so gering, ich sag mal so, das kann 1 Cent sein, das können 2 Cent sein, das können 5 Cent sein, 10 Cent pro Klick. Einmal habe ich sogar 50 Cent pro Klick gesehen, aber da stürzt sich dann auch jeder große YouTuber drauf, von daher ist das schnell weg. Von den kleineren Links mit 1 Cent gerade sind dann immer so 100.000 oder 10.000 Klicks zur Verfügung, das heißt 100.000 Mal könnte man da draufklicken. Und ich wollte auf jeden Fall nochmal klarstellen, keine Ahnung warum viele so bescheuert sind und meinen, dass ich halt geldgeil wäre oder so. Also man müsste sich ja halt bloß mal das Informationsvideo anschauen, von einem Product Placement bekommt ihr 10% und von einer Performance Kampagne bekommt ihr 100%. Das bedeutet 1 Cent ist 1 Cent für euch und bei einem Product Placement ist es natürlich so, dass ich wesentlich mehr bekomme und ihr dann aber auch euren Teil bekommt. So, jetzt ist es so, es wurde sich aufgeregt, dass ich das ganze Geld einnehme. Natürlich, ich mache ein Product Placement, kriege dafür 100 Euro und habe die 100 Euro behalten. So, jetzt habe ich aber gesagt, nein, das ist unfair euch gegenüber und habe gesagt, ihr bekommt 10% davon. Das wäre, wenn ich jeden Monat ein Product Placement hätte und wenn ihr die Performance Kampagne gut anklicken würdet, wären das 2 Gewinnspiele bzw. ein Gewinnspiel, in dem es 2x eine 10 Euro PaySafe Card zu gewinnen gibt. So, jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, ja, also 4 Leute haben am Gewinnspiel teilgenommen und 2 davon haben das Gewinnspiel nur richtig ausgefüllt. Bei dem Gewinnspiel kann man sich 5 Zugänge holen und 2 davon sind schwierig, 3 davon sind total leicht. Einfach 3 meiner Videos anschauen und man hat schon die Lösung davon. Muss man wirklich einfach mal suchen, es ging um das Sargon Amulett, gibt man einfach ein, Zardas LP, Sargon Amulett. Dann ging es um die Dragan Ones, wie viele ich da gemacht habe, da hatte ich ein kleines Special Video dazu. Und dann ging es noch um, muss ich selber überlegen, um was ging es noch? Ähm, ne, ist auf jeden Fall egal, also es war ziemlich leicht. Keine Ahnung, also wenn man die Hände mit Futter für irgendwelche Tiere ausstreckt und die Tiere dann trotzdem das Futter nicht fressen wollen, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Also einerseits kritisiert man, dass jemand das Geld für sich behält und sobald man das Geld aber aufteilt und sagt, Mensch, ihr könnt auch was vom Kuchen abhaben, ist es auch nicht recht. Also ich weiß nicht, was mit euch in dem Sinne los ist. Das wollte ich mal ganz kurz anmerken. Vor allem lade ich das Video hoch, schreibt dann noch extra in die Kommentare rein. Denkt daran, 100% des Geldes bekommt ihr, da es in die Zardas LP Gewinnspielbox geht. Schreibt jemand drunter, du Arschloch, das kann doch nicht sein. Du Geldgeile Sau oder irgendwas, keine Ahnung, was er geschrieben hat. Könnte ich natürlich jetzt auch kurz zeigen. Genau, das machen wir gleich mal. Dann fühlt sich derjenige doch auch einmal angesprochen. Ja, das machen wir gleich mal. Und zwar bei dem Video. Einen habe ich schon ausgeblendet von meinem Kanal, weil mir das keinen Sinn ergibt. Also wie gesagt, hier seht ihr dann in späterer Zeit den Link. Es ist ja, das Video ist ja immer so aufgebaut. Erstmal kommt das Intro. Gut, vielleicht kommt eine Werbungsanzeige. Dann wird erstmal darauf hingewiesen, aha, orange Schrift ist deutsche Sprache. Weiße Schrift ist englische Sprache. Dann steht hier, was ist der Nutzen der Performance-Links für euch? Ihr unterstützt meinen Kanal und wenn sich 10 Euro gesammelt haben, dann findet ein Gewinnspiel statt. Steht auch mal auf Englisch dort. Und wer es immer noch nicht gecheckt hat, kann dann hier draufklicken und kriegt das von mir groß und breit 6 Minuten lang erklärt. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Product Placement. 10% des Entgeltes gehen in die Gewinnspielbox. Beispiel 100 Euro Product Placement. Das bedeutet 10 Euro gehen zahl das LP Gewinnspielbox. Performance Kampagnen. 100% des Geldes pro Klick gehen in die Gewinnspielbox. Habe ich schon gesagt, es kann auch Beiträge zwischen 1 und 50 Cent geben. Ja, weiß ich nicht, wo da denn das Problem ist. Und, äh, ja, keine Ahnung. Also hier, hör auf nach Geld zu betteln, du dummer Bastard, such deine Arbeit, du Lappen. Also keine Ahnung. Was ich dazu noch sagen soll, wenn 100% des Geldes, also ich meine, das ist einfachste Mathematik, ihr bekommt einen kompletten Kuchengeschenk beim Bäcker, ähm, an euch gehen. Ihr geht einfach in den Bäcker rein und wenn ihr die Tür öffnet, ist das wie, wenn ihr den Link einmal anklickt. Und dadurch kriegt ihr einen Kuchen, in dem Falle kriegt ihr einen Cent. Gut, ein Cent ist jetzt nicht sehr viel. Da könnte aber jetzt jemand sagen, Mensch, ich habe am Tag Langeweile, ich klicke da 50 Mal drauf. Habe ich dann 50 Cent bekommen und die gehen dann auch wirklich an euch. Deswegen habe ich ja diese Übersicht da mit drin. Ich brauche mich ja bloß hier bei Puelack Placement anmelden. Kann ich euch gerne zeigen. Ähm, da müsste ich vorher noch entsafeln. So. Und dann sieht man hier oben einen Kontostand von 102,99 Euro. Das bedeutet, da ist ein Product Placement dabei gewesen von 100 Euro. Die Seite ist so aufgebaut, man kann hier Placements eingehen. Das sind halt Produktplatzierungen, so. Jetzt könnt ihr euch gerne mal umschauen an die Leute, die gesagt haben, ja, wir haben ja nichts dagegen, dass du ein Product Placement machst. Aber mach doch bitte etwas, was für dich geeignet ist. Fangen wir mal an. Okay. Eine Bomberjacke. Mode. Nicht meins. Das sind Schuhe. Auch nicht meins. Das sind, ähm, Konzentrationsbooster. Trifft auch nicht auf mich zu. Gut, eine App ist ein technischer Bereich, ist ein Quiz, könnte man als Spiel ansehen, könnte man benutzen. Dann hier, ähm, das ist eine T, aber Instagram braucht man sowieso nicht. Das bedeutet, ich werde mal nur auf YouTube Sachen schalten. Und dann filtert es mir das entsprechend aus. Ja, hier unten noch so eine Musik-App. Hier oben irgendein Service. Und zwar, ähm, ja, Verkehrsunfallschad. Also könnt ihr ja mal gucken. Ja, gut. Sind jetzt nicht direkt Sachen dabei, die für einen Gaming-Kanal geeignet sind. Das sind, wie gesagt, die, ähm, Product Placements. Und die Performance-Kampagnen seht ihr dann hier. Da steht dann dort, aha, bei dieser Kampagne, die werde ich dann auch gleich noch online stellen. Zum Beispiel hier sind noch 2354 Klicks verfügbar und es gibt pro Klick 2 Cent. Da gehe ich dann hier einfach auf Teilnehmen in dem Falle. Dann steht dort, du darfst es nur auf deinen sozialen Kanälen teilen. Und, ähm, ja, dass halt auch keine Fake-Klicks, Kommentare und Likes sind. Also, dass ich das zum Beispiel nicht selber mache. Dann gehe ich einfach auf Teilnehmen. Komme dann auch automatisch zur Statistik. Schon 41 Links habe ich geteilt auf dem Kanal. Es wurden bisher die Links 233 Mal angeklickt. Und das waren 3,26 Euro. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das Dreifache, sage ich jetzt mal grob, wären ja 699. Das bedeutet, rund 700 Mal müsste einfach auf einen Link geklickt werden, um ein Gewinnspiel mit 10 Euro zu ermöglichen. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Auf einem Video von mir sind meistens 700 bis 1200 Aufrufe. Und noch dazu habe ich 4000 Abonnenten. Es müsste eigentlich locker möglich sein, mehr zu schaffen. Jetzt kann ich halt gucken, okay, der Link von gestern, von den Videos wurde 4 Mal angeklickt. Der Link wurde 6 Mal angeklickt. Und der 5 Mal. Das sind natürlich jetzt nur 15 Cent, die ich dadurch verdient habe. Aber hier steht es halt ganz genau. Verdienst 3,26 Euro. Das bedeutet, das sind eure persönlichen 3,26 Euro. Und da wird auch keiner was dran ändern können. Das bedeutet, wenn hier 10 Euro stehen oder allgemein in der Gewinnspielbox mehr drin ist, dann könnt ihr euch das reinziehen. Ihr braucht euch nur im Prinzip dieses Video angucken. Informationsvideos sind der Product Placements und Performance Kampagnen für euch. Da wird wie gesagt alles erklärt. Was ist noch wichtig? Gewinnspiel Video. Wie läuft dann das Gewinnspiel ab? Ist auch kein Problem. Und zwar ist das hier irgendwo weiter oben. Genau. Zardas LP. Wie funktionieren die Gewinnspiele auf meinem Kanal? Und dann hätten wir hier das erste Gewinnspiel, auf das ich nochmal ganz explizit drauf hinweisen möchte. Weil natürlich könnt ihr dort gerne dran teilnehmen. Und die Chancen könnt ihr auch mit den Zugängen erhöhen. Das habe ich alles erklärt in den Videos. Aber wer keine Zeit hat, sich das anzuschauen oder wer sich zu schade ist für 10 Euro. Das ist halt, ja es sind 10 Euro. Es tut mir leid. Also ich kann wirklich nicht jetzt sagen, ich tue hier mein Konto plündern, nur um euch hier ein Gewinnspiel zu bringen. Das macht keinen Sinn. Und für wen, ja wer sich noch interessiert. Also ich werde bald studieren. Das bedeutet auch wieder von Montag bis Freitag was zu tun. Dann gehe ich noch 2 Mal in der Woche zum Karate. Und am Wochenende würde ich gerne mal chillen und aufnehmen. Da kann ich nicht sagen, okay am Wochenende gehe ich jetzt mal noch arbeiten und so. Damit ich auf YouTube schön viele Gewinnspiele für euch machen kann. Oder damit ich mir eine Grafikkarte leisten kann. Da wird überhaupt gar nicht rumdiskutiert, wenn man auf Twitch ist. Man ist einfach auf Twitch, startet einen Livestream und wenn jemand sagt, mein Gott, der streamt aber heute gut, dem gebe ich mal 2 Euro. Dann ist das halt so. Und wer das nicht akzeptiert, der muss es ja nicht machen. Aber immer dieses elendische Rumdiskutieren. Man muss ja nur einfach mal einsehen, dass man im Internet durchaus Geld verdienen kann. Und das liegt auch einfach nicht daran, an dieser Werbung, die hier nebenbei geschalten wird. Daran liegt es einfach überhaupt gar nicht. Sondern viel mehr an den Product Placements zum Beispiel. Und da habe ich gedacht, verdammt nochmal, da nimmst du mit einmal so viel Kohle ein und deine Abonnenten haben gar nichts davon, außer zu sehen, oh der kriegt hier Geld. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay ich kann euch was abgeben. Wie gesagt, wenn ich ein größerer YouTuber wäre, habe ich auch schon in dem anderen Video erklärt, würde ich aus 10% meinetwegen 50% machen. Die Product Placements kann ich euch gerne zeigen. Dann gucken wir einfach nochmal hier auf der Weech Hero Seite. Zum Beispiel suchen wir mal ein Product Placement raus, was sich doch mal richtig fett lohnt. Da gibt es natürlich auch wieder einen Vorzeige-Effekt. Doch hier, ein Product Placement. Und zwar, lesen wir mal nach. Wir suchen einen Influencer, der unsere Music for Running Playlist mit Hilfe von mehreren unterschiedlichen Maßnahmen bewirbt. Die kreative Gestaltung der Kampagne überlassen wir komplett dem Influencer, um möglichst realistisch zu wirken. Und so weiter und so fort. Der möchte, dass ich ihn favorisiere, also einfach ihn erwähne. So, jetzt steht hier, verdiene 5000 bis 10.000 Euro. Das gilt natürlich nicht für mich. Also wenn ich dem jetzt hier eine Bewerbung sende, kann ich nicht hier 300 Euro reinschreiben, weil Preis zu hoch. Jetzt steht hier, aha, deine aktuellen Aufrufzahlen entsprechend gehen maximal 83 Euro. Und jetzt kann ich hier gucken, aha, wie viele Aufrufe habe ich denn gerade durchschnittlich? 556 Aufrufe. Ist natürlich so, wenn ich jetzt lange nichts hochlade oder mal einen Special hochlade, das viel mehr aufgerufen wird als andere Videos, dann geht natürlich die Zahl hier enorm nach oben. Nebenbei kann man hier noch Punkte sammeln. Das bedeutet, aha, wenn ich hier zum Beispiel 1000 Punkte habe, die habe ich ja sogar schon, kann ich hier einen Amazon Geschenkgutschein über 10 Euro bekommen, einen iTunes Gutschein, Kopfhörer, die sehen relativ billig aus. Das Kamerastativ ist aber nicht ganz schlecht. Das Richtmikrofon ist natürlich auch nicht schlecht. Queenscreen kann man verwenden. Fotolampen kann man auch verwenden. Die Kopfhörer sind schon teurer. Und unten kommt ja sowieso der Oberbürner, zum Beispiel eine Playstation 4 für 40.000 Punkte. Oder ein Apple iPad, äh, Wi-Fi mit 16 GB in der Farbe Silber. Also ihr seht schon, aha, man kann wirklich viel machen. Cross Promo, was ist Cross Promo? Ich kann mit anderen YouTubern zusammenarbeiten und kann zum Beispiel sagen, okay, mich interessieren natürlich Spiele. Was habt ihr denn so im Angebot? Und jetzt hat man hier, sieht man, aha, der hat 2652 Abonnenten und er sucht einen Mitspieler für FIFA 16. Wäre jetzt nicht mein Fall, aber ich könnte ja trotzdem mit ihm zusammen was aufnehmen. Und dann kann man sich natürlich gegenseitig nach oben pushen. So, das erstmal dazu. Hab ich jetzt auch genug, genügend dazu gesagt. Ich würde gerne noch das Gewinnspiel zeigen. Ihr geht auf diese Website, äh, geht auf dieses Video. Es wird fast 12 Minuten lang erklärt, was ihr genau, wie, warum, wann und so für das Gewinnspiel machen müsst. Natürlich, ich hab's idiotensicher erklärt. Ihr könnt aber auch einfach auf den Link hier unten klicken, müsst ihr sowieso im Nachhinein und an dem Gewinnspiel teilnehmen. Hier sind erst einmal Teilnahmebedingungen. Die muss ich stellen, damit an dem Gewinnspiel teilgenommen werden kann. So, ich sage jetzt auf jeden Fall, dass es bei dem Gewinnspiel 10 Euro oder 20 Euro zu gewinnen gibt, wenn viele Leute dran teilnehmen. Dadurch, dass aber erst vier Leute dran teilgenommen haben, sind es halt immer noch 10 Euro. Ähm, das müsstet ihr euch alles durchlesen. Und das hier gilt sowieso nicht mehr. Das könnte ich dann nachher rausnehmen, da das Video schon online ist. Hier müsst ihr dann, ähm, Daten ausfüllen, Vormame, Nachname, Bundesland, Region, Land, E-Mail-Adresse, wie ihr auf Skype heißt, wie ihr auf Teamspeak heißt und wie alt ihr seid. Es kann gerne jemand dran teilnehmen. Ihr müsst nicht 18 sein, ihr könnt mit 12 Jahren dran teilnehmen. Das ist, ähm, nichts Besonderes hier oder auch, ähm, keine, ihr könnt halt mit der PaySafe-Card anfangen, was ihr wollt, ne. Ja, kurzen Schluck trinken. Ja, und dann muss man noch dazu sagen, warum nutze ich das? Das muss auch mit drin stehen. Ähm, steht auch mit drin. Der Gewinner muss auf Skype oder Teamspeak mit Zardas LP in Kontakt treten. Der Grund dafür ist der Ausschluss von Freunden und Bekannten von Zardas LP vom Gewinnspiel. Das persönliche Gespräch mit dem Gewinner ist somit erforderlich. Das bedeutet, ähm, es könnte ja jetzt ein Kumpel sein, den ich schon drei Jahre kenne und der sagt einfach, jawohl, ich bin jetzt hier Max Mustermann und hab die, wohnen hier in Hessen und, äh, Deutschland natürlich. Max Mustermann, äh, leck mich am Arsch.de. Ja, wie heißt er denn auf Skype, wie heißt er auf Teamspeak und dann nimmt er schön am Gewinnspiel teil. Und das wäre natürlich nicht gut. Ich würde jetzt hier einfach mal irgendwas reinschreiben, das kann man natürlich auch machen, werde ich aber dann löschen. Ähm, Zugang 1 ist, wie gesagt, diese MP3-Datei, die kaputt ist, sag ich's mal, und die muss behoben werden und wieder hochgeladen werden. Zugang 2 ist einen kleinen Text von 200 Wörtern schreiben mit Einleitung, Hauptteil und Schluss. Ich nehm's nicht ganz so ernst wie ein Deutschlehrer, einfach mit Pro und Contra, was ist an meinem Kanal gut, was ist an meinem Kanal schlecht und was erhofft ihr euch in der Zukunft. Zugang 3 ist dann einfach ein Video anschauen, ähm, und zwar ist das das CSGO-Video, und zwar die dritte Folge und dort mir einfach sagen, was ist denn die neue Technologie, weshalb eine verbesserte Audio auftritt. Da habe ich ein paar zur Auswahl gemacht und eins davon ist es. Zugang 4 ist, wie viele Ones habe ich Tragan gemacht und wie viele Ones habe ich bei der Spinne absolviert. Ist, denke ich mal, auch kein Problem, einfach das Video anschauen und ihr werdet die Lösung finden. Zugang 5 ist dann, wann mein alter Magier das Sargon-Amulett gefunden hat. Da müsst ihr dann einfach nur Datum, so wie Uhrzeit, in dem Fall eigentlich nur Datum angeben. Am Ende kann man dann das Gewinnspiel noch bewerten und ich muss sagen, ich nutze die kostenlose Software von SurveyMonkey, weil, da könnt ihr nämlich auch gleich mal schauen, was kostet denn die Scheiße, ähm, so umgangssprachlich gesagt. Jetzt könnte man einfach mal gucken, so, nehmen wir den normalen Link. Pläne und Preise, ich nutze kostenlos. Plus-Variante kostet 35 Euro pro Monat, die Gold-Variante 400 Euro pro Jahr und Benutzer und die Platinum-Variante 900 Euro pro Jahr und Benutzer. Aber, ja, es ist eine Umfragen-Software, ich werde auf jeden Fall 900 Euro dafür ausgeben. So, ein neuer Kommentar, gucken wir mal. Coole Aktion. Das sind halt die Leute, die es dann auch verstehen und man muss halt gucken, okay, der Typ scheint Minecraft zu zocken, aber er ist auf jeden Fall nicht blöd, so wie manche, die einfach die Videos nicht anschauen und den Sinn dahinter nicht verstehen. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen, muss ich auch nicht nachvollziehen. Das wollte ich einfach nur mal ganz kurz loswerden und wer jetzt noch Lust hat oder wer noch am, wer noch eingeschalten hat, der kann mir ja noch zuschauen, ein bisschen bei Viscanium im Moment. Ich muss sagen, wunderbar, Big Point. Es gibt keinen Stein mehr am Ende zu gewinnen, obwohl in der zweiten Herausforderung könnte es ja passieren, dass einer zu gewinnen ist. Wargulf-Event, wie schon gesagt, werde ich nicht unbedingt machen und das Haupt-Event auch nicht unbedingt. Ich dürfte aber noch, ähm, Zündungsmodule übrig haben, genau 968 Stück. Dann habe ich nebenbei noch ein paar, äh, eine Karte zur Viscanium-Mine. Das kann man natürlich auch immer wieder gern verwenden und dann würde ich mich sowieso einmal dafür einsetzen, auch hier ein kleines bisschen auszusortieren. Das haben mir auch schon diverse Kollegen gesagt, weil die dann meinten, ja, warum ist denn dein Inventar immer so voll und was machst denn du? Und dann habe ich gesagt, naja, habe mir halt viele Sachen aufgehoben, die man nicht unbedingt braucht. Da fängt man zum Beispiel an bei der Errungenschaft mit dem... Ach, herrje, wo war das? Bei Heldentaten, glaube ich. Da hat man hier die Errungenschaft für... Na, wo ist sie? Tiefseeforscher Ammonsgaben. Lege alle Ausrüstungsgegenstände von Ammons Glanz an. Hab ich. Ammons Glanz wird nicht mehr gut werden. Denn es sieht zwar... Es sieht zwar... Na, wo ist das letzte... Die letzten zwei Teile? Es sieht zwar gut aus, aber bringen wird es mir nix. Erstmal nix. Deswegen würde ich das schon mal verbannen. Das bedeutet, das ziehe ich jetzt einfach mal hier raus und werde es einschmelzen. Ich möchte ja auch nicht als Messi enden. Und jetzt haben wir das einfach mal eingeschmolzen. Ammons Reise, Ammons Refugium, Ammons Horizont, Ammons Griff und Ammons Flügel werden eingeschmolzen. Weiterhin brauche ich sicherlich dieses Amulett der Zeitverschiebung nicht. Ähm... Ja, weil ich dieses Event nicht enorm suchten werde und Attack Speed für einen Dekar eh nicht unbedingt so wichtig ist. Eingeschmolzen. Dann, Elshof finde ich hässlich. Brauche ich nicht. Mit Winterverkleidung brauche ich auch nicht. Mit Schneemannverkleidung habe ich nie an Schneeballwerfen benutze ich nie. Zeitenstaub brauche ich auch nicht. Der Troll ist ebenfalls hässlich. Ähm... Ähm... For the English viewers, I only clean my inventory. I don't delete my jar. Ähm... Ja, genau. Ich mache nur mein Inventar etwas sauber. Habe ich gerade gesagt. Ich tue es natürlich nicht löschen, mein Account. Das wäre etwas sinnlos. Auch wenn ich in letzter Zeit nicht mehr so DSO-freudig bin. Ähm... Ja, Viscanium. Dampfglocke ist hässlich. Das kann man auch immer wieder bekommen. Und das Schreckensweib ist ebenfalls hässlich. Das können wir fürs Leveln benutzen. Weiterhin, ähm... Ja, das Tiefseeset. Das brauchen wir auch nicht unbedingt. Also, ich habe mir das auch nur vollständig geholt. Für die Errungenschaft natürlich. Das bedeutet, dieses wandert ebenfalls weg. Ja, Sternengold-Event. Ähm... Hat mir noch nie gefallen. Und es gibt auch Leute, die richtig viel Kohle dafür gepayt haben. Und haben trotzdem am Ende nicht gewonnen. Von daher fliegt die Kacke auch weg. Bevor sie am Dampfen ist. So einen Segen hier. Und die ganzen anderen Segen. Die werde ich mal einsetzen. Wenn ich einfach Q3 Map 1 zum Beispiel farme. Oder Q1 Map 1. Da werde ich die dann einsetzen. Dieses Set würde ich ja auch mal voll kriegen. Aber, ähm... Ja, Premium Deluxe habe ich ja nicht. Flügel können wir meinetwegen mal aufheben. Die stören mich jetzt nicht so ganz. Die Fragmentbrill... Äh... Die Fragmentbrillen werde ich auch einmal einsetzen. Ja, wenn man so viel redet. Über drei... Fast 24 Minuten. Dann ist es ein bisschen, ähm... Ja... Es verzieht einem den Mund. So, wo sind denn die restlichen? Genau, hier. Rote Essenzen werde ich auch mal einsetzen. Also einfach solche Sachen, wie Herr Niemand gemacht hat. Bei zum Beispiel Mortis. Wird das dann passieren? Ähm... Hier müssen wir mal ein bisschen gucken, wie wir das machen. Man könnte ja auch mal... Also ich meine, ich bin nicht der Typ, der sein Inventar so krass sortiert. Aber zumindestens Farbe zu Farbe und so. Könnte man wenigstens einhalten. Und Bonbon zu Bonbon. Die Süßigkeiten sind ja auch im Real Life meistens in einer Kiste. Oder irgendwo verstaut. Und genau so machen wir das hier. Solange ich nicht auf den scheiß Sortier-Button komme, ist alles okay. Ja. Löwe, Tiger und Panther kann ich gerne mal behalten. Aber ganz ehrlich, ich reite da nie drauf. Und der Sinn von einem Reittier ist wie im Real Life... Gut, man kann sich auch eine protzige Bonzenkache holen. Aber man kann auch einfach sagen, okay, das Auto fährt von A nach B. Das reicht mir aus. Und dann reicht das halt. Man kann natürlich auch sagen, na Mensch, hier, Audi ist nicht schlecht. Kaufe ich mir, ähm... Wobei, für den Anfang braucht man das einfach nicht. Wenn man wirklich später Cola hat, kann man sagen, okay, kann man machen. Muss man aber auch immer nicht. Immer noch nicht. Da tue ich lieber irgendwas für wohltätige Zwecke nebenbei ausgeben und spenden. Weil, ob ich nur die dritte Yacht habe oder die vierte Yacht. Das ist, ähm, ein bisschen komisch, finde ich das persönlich. Was ich noch einschmelzen würde, wäre... Naja, das Lebenssiegel... Manche benutzen es für die Heilung, aber ich denke mal eher nicht. Ich werde einfach mal einen Kollegen fragen, der sehr oft in DSO online ist und auch sehr lange. Der sagt dann einfach, okay, das kann weg. Ähm, was auf jeden Fall noch weg kann, ist einfach schlicht und ergreifend das Sargon-Schild. Ähm, ja, die Vollstrecker könnte auch weg. Kann man aber auch mal benutzen, hat auch mein Kollege gesagt. Ähm, Waffen hebe ich halt, wie gesagt, auf, weil ich davon nicht so viele habe, in die ich irgendwelche Slots integrieren könnte. Die Flammenringe, ähm, die haben halt noch Widerstand drauf. Aber wenn ich wirklich mal was anderes möchte, kann ich auch andere Sachen nehmen. Ich denke aber mal, ich habe mittlerweile jetzt erstmal genug aussortiert. Das bedeutet, das muss ich gar nicht so krass überziehen. Jetzt haben wir auch endlich mal einen Slot für unser Schild. Und ich gucke schon wieder so oft, ob ich repariert habe. Das ist eine wahre Krankheit. Äh, ich glaube, es hat wieder jemand Neues bei YouTube geantwortet. Gucken wir mal ganz schlicht und ergreifend nach. Drei Leute. Live Kommentare lesen. Okay. Richtig. Also, der Leo ist ein ganz guter Knabe, würde man bei uns sagen, äh, sagen in Sachsen. Ja, manche sind halt zu blöd zum Lesen. Ähm. Deswegen habe ich das jetzt auch umbenannt. Geld für die Gewinnspielbox. Das bedeutet, aha, Geld geht in die Gewinnspielbox. Und aus einer Gewinnspielbox wird nur Geld entnommen, das für ein Gewinnspiel verwendet werden kann. Ist ja logisch. Also, tja. Ähm. Ja, er kann den Link durchgehend anklicken. Aber ich darf ihn nicht dazu zwingen. Oder, ähm, ich darf dich, ich darf ihn nicht dazu animieren. Hashtag tu es nicht. Gibt's den? Na, mach, gibt's bestimmt. Mach es nicht. Egal, neuer Hashtag. So. Ähm. Ja, Adblocker auf Zardas LP deaktiviert, finde ich auch sehr positiv. Können wir gleich nochmal extra drunter schreiben. Und dann haben wir noch ein drittes Kommentar von ihm. Danke, dass du Adblock, ups, Adblock deaktivierst. Und ja, was sind die Folgen von Adblock? YouTube hat in Amerika schon ein Angebot, das heißt YouTube Red. Und YouTube Red kostet 10 Euro pro Monat. Und nur jeder, der dort YouTube Red gekauft hat, kann YouTube überhaupt benutzen. Niemand, der kein YouTube Red hat, kann YouTube benutzen. So ist der Plan. Momentan ist es aber noch so, dass jeder YouTube benutzen kann. Ähm, hab ich mich grad kurz versprochen. Auf jeden Fall, ähm, gilt das halt zu bedenken. Weil mit Adblock richtet ihr YouTube, beziehungsweise das Internet zugrunde. Irgendwann wird's keine Webseiten mehr geben. Irgendwann wird's kein YouTube mehr geben. Gut, was macht er dann? Zu MyVideo gehen. MyVideo hat meistens auch 2-3 Mal Werbung davor. Okay, Adblock schützt euch davor. Wird aber auch MyVideo zugrunde richten. Wo geht er dann hin? Klipfisch? Ja, Klipfisch hat, glaube ich, auch Werbung. War ich jetzt schon seit 3 Jahren nicht mehr drauf? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ernsthaft mal. Er, in Klammern, Zardas, hat sogar extra S in die Kommentare geschrieben. Denkt bitte daran, dass dieses Geld 100% euch zugute kommt. In Form eines Gewinnspiels. MFG Zardas EP. Schaut, schau dir doch mal das erste Infovideo dazu an, bevor du herumhattest. Ja, das ist absolut richtig. Ja, das ist absolut richtig. Das stimmt natürlich. Genau. So, jetzt hätten wir das endgültig erstmal hier abgeschlossen. Ähm, und ich würde sagen, das Inventar geht mir auch weg. Ähm, ja, Kriegsausrüstung kann weg. Die Schriftrolle der Pünktlichkeit kann auch weg. Und das Wiegenholz-Tal kann ebenfalls weg. Dann hätten wir ja noch blaue Essenzen im Überschuss. Die können wir ja drüben hin. Und ansonsten würde ich eine Seite mit den Leggy-Items machen und eine Seite mit den Essenzen. Aber ganz ehrlich, ähm, ich fange jetzt nicht an, das Inventar hier zu ordnen, weil das geht dann einfach den meisten wieder auf die Geige. Ich werde einfach jetzt nur noch dafür sorgen, dass ich jetzt, ähm, noch die Crafting-2.0-Items hier vorziehe und das andere hier nachrücke. Und dann einfach mal ins Viscanium-Event gehe. Ja, geändert vom Aufbau her hat sich ja nichts. Und, ähm, an der Stelle würde ich auch einfach ein zweites Video starten. Das erste Video geht jetzt schon 31 Minuten, fast 32 Minuten lang. Ich denke, das reicht. Der Sinn ist erfüllt. Und, ähm, ja, damit verabschiede ich mich aus der Welt von Tragen Sang Online. Bis dahin. Tschüss, euer Zardas.